Musik 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 Puh 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 Okay, eine Ebene gibt's noch Musik Oh, muss ich jetzt sein In Überskeletten Dann noch, das ist dann noch normales Komm schon, komm schon, komm schon Komm schon Wahhh Pissgesicht, Alter Mann So, und so, und so, und so, und so, und so, brauchen wir nicht. Alter. Was ich ja immer noch, was ich mich ja immer noch frage, was ist das da? Oh, mein Helm ist kaputt. Okay. Gut zu wissen, ich freue mich, da sehe ich Nimmel ein. Kann ich vielleicht mit dem hier zusammen machen. So. So. Eine Ebene noch. So. Oh, Zombie. Oh nein, der hat Kokopedia in der Hand. So. So, einmal, zweimal, und dann das weg. Und dann das weg. So. Soll ich wagen, oder soll ich nicht wagen? Hmm. Alter, Kokopedia. Piss dich. Das ist jetzt die große Frage, oder? Okay, ich sehe ihn schon. Ein Skelett folgt mir noch. Oh, oh. Oh, oh, oh. Der hat den Helm, der hat den, der, 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 wu, 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 wu. Helm tropfen lassen. Aber mit Verbrennung eins. Komme ich nicht weit. immer immer rumlaufen so gut so gut so gut so gut so gut so weiter 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 jawohl jawohl sehr gut 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 wir haben es sehr gut gemacht damit selber mit mit mir meine ich dich und weg Okay, der Tum zerbröselt jetzt. Wollte ich noch die Sachen von ganz oben holen. Au. Okay, ist klar. Jetzt explodiert er Ebene für Ebene. Wow. Wow. Was ist denn das für ein Zombie? Wow. Wo ist der? Hunger. Zombie. Fick dich, alter. Wo bist du? Ha. Jawoll. Komm. Was ist denn der fuck? Die mach ich fertig wie ein Schnitzel mit was weiß ich was. Lol. Jetzt hab ich dich fertig gemacht. Jetzt weiß ich nicht, ob wir den anderen Turm au-clay machen sollen. Wie viel Leben hat denn das da? 20. Droppt es irgendwas? Oder? Nee, droppt gar nix. Oh. Ich hab ja nicht schon wieder ein... Nee, ist ein ganz normaler Zombie. So. Alter. Ich sollte mir die Pfeile lieber aufheben. So. Alles cool. Aber dann würde ich vorher... Ich muss jetzt mal gucken, wie viel Speicherplatz ich noch hab. Äh, okay. Das reicht noch ein wenig. Ähm. Würde ich einfach mal sagen, dass ich mich erst mal nach Hause begebe. Mir dann das, ähm... Mein Eisenschwert und... Oh, nee, mein Diamantschwert wieder zusammenfüge und alles. Also sozusagen wieder richte. Denn mit dem komm ich nicht sehr weit. Oh, da steht ein Triller. Da ist mein Boot. Würde ich einfach sagen, dass wir da gleich wieder zurückkehren. So. Oh, hoppah. Oh, lol. So. Fahr ich kurz heim. Ähm. Ähm. Atmen, holt's auf. Ops. So. Die Dinger sammeln. Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Das ist irgendwas mit... Keine Ahnung. Mit Kies. Das muss ja auch noch heimlaufen. Oder heimschwimmen. Alter. Ich hol mir jetzt einfach kurz Holz. Ich bin jetzt zu dumm. Ich bin jetzt zu dumm. Wo ist es hier? So. weiter geht's da hinten ist glaube unsere Heimatinsel irgendwo da und da lädt es schon wieder nicht ich fahre einfach mal an so anhalten so früh zerstellt ich habe gedacht es zerstellt später aber gut wenn das Schiff sich das so denkt dann ist ja wohl richtig, oh ich höre ein Vögelein das zwitschert in mein Ohr hinein geil, ich bin ach ich kann reimen ich bin der Größte ne Quatsch so Diamanten und damit muss ich jetzt erstmal hier mein Schwert reparieren worauf ich denn das da so neun und okay und was passiert wenn ich den Haltbarkeit hier auf 18 äh 18 kostet es dann dann vielleicht noch Schärfe 3 zu viel und das ist ja so 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 Vielen Dank.